Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war G-Gaming, Flo wieder am Start. Heute gibt es ein weiteres Bonus-Video, wo wir uns heute wieder um die Grundlagen-SBCs kümmern. Heute Grundlagen-SBC Nummer 2 und ich werde euch wieder Tipps und Tricks mitgeben, wie man das Ganze so günstig wie möglich auf jeden Fall abschließen kann. Wir haben uns gestern um die Grundlagen-SBC gekümmert und jeden Tag wird jetzt eine von den Grundlagen-SBCs veröffentlicht hier auf dem Channel. Das heißt Grundlagen 3 morgen, dann Grundlagen 4, 5 und natürlich dann auch Hybrid-Ligen-Nation und Liga-Nation Hybrid-SBC. Falls ihr diesbezüglich nichts verpassen wollt und auch da wieder Tipps und Tricks haben wollt von meiner Seite aus, wie ihr das so günstig wie möglich abschließen wollt, dann kann ich schon mal wer es da jetzt fehlen, auf jeden Fall ein Abo dazulassen, zerstört ordentlich den Like, meine Freunde, wenn ich euch helfen konnte. Dankeschön dafür und Support und lasst mich gerne wissen, was hattet ihr in euren Packs drin? Schreibt es mir rein runter in die Kommentare. Und direkt schon mal vorweg der erste Tipp, Freunde, Grundlagen 2-SBC. Das ist eine SBC, wo ihr nicht zwangsläufig direkt reingehen müsst, und zwar auf Transfermarkt, sondern ihr könnt das wirklich direkt aus eurem Verein machen, die Grundlagen 2-SBC. Fangen wir erstmal an, Freunde, und schauen uns den Premium-Leihprofi-Belohnungspack an, denn das ist der Gruppenreward dieser SBC. Und vielleicht seid ihr ja auch komplett neu in FIFA, deshalb mache ich ja auch immer am Anfang des neuen FIFA, beziehungsweise jetzt EAFC-Teils, immer die Videos, also falls ihr auch komplett neu sein solltet, dann hoffe ich, dass ich euch auf jeden Fall weiterhelfen kann mit den SBCs. Übrigens unten noch, ihr seht es unten in der Timeline, da habe ich dann jeweils alle vier SBCs für euch nochmal separiert, sodass ihr direkt darauf zugreifen könnt. Fangen wir aber direkt mal an, Freunde, mit der Grundlagen 2-SBC und fangen an, und zwar mit Gesamtwert. Danach haben wir die tolle Tausch-SBC, Landesruhm und alle gemeinsam. Wir fangen an mit der ersten SBC, Freunde, und da sieht es wie folgt aus. Ihr seht es unter meiner Facecam, und zwar häufige Spieler, mindestens 2 in der Startelf, und 80er Gesamtrating und niedriger, ja, mindestens 2 in der Startelf. Wir bekommen dafür ein Jumbo-Bronze-Pack, und das sind wir direkt schon beim nächsten Tipp. Also da auf jeden Fall reingehen, und direkt, wenn ihr die SBC gemacht habt hier, dann direkt dieses Pack auch die Belohnung sozusagen auf jeden Fall direkt öffnen. Weil diese Packs werden euch auch im weiteren Verlauf der Grundlagen-SBCs direkt weiterhelfen. Das heißt, direkt das Pack öffnen, wir werden das gleich auch machen, das ist schon mal direkt mein nächster Tipp. Also, was müssen wir jetzt machen? Tausche 2 Profis ein, um eben diese SBC zu kompletieren. Ich habe da schon mal was vorbereitet, und zwar haben wir, wie ihr seht, komplett sonst Brick-Slots am Start. Die freien Positionen, die wir besetzen können, sind die beiden ZM-Positionen, und in meinem Fall habe ich jetzt hier einfach ein IV als auch eine Stürmer-Position auf die ZM-Position gesetzt, denn das ist auch schon mal ganz, ganz wichtig. Ich packe den immer ganz kurz hier quasi raus aus dem Squad. Direkt aus dem ersten Reflex geht man hier auf die ZM-Position und setzt dann einfach zum Beispiel hier, weiß ich nicht, ja, in eine ZM-Position rein, den Fuchs zum Beispiel. Es ist nicht notwendig, dass die Position die richtige ist, denn häufige Spieler mindestens zwei, das heißt, es muss einfach nur häufiger Spieler sein, egal welche Position. Das kann ein Torhüter sein, das kann ein Mittelfeldspieler sein, ein Stürmer wie jetzt in meinem Fall hier, ein Verteidiger, ein IV, das ist komplett egal. Wichtig ist hier nur, dass das Gesamtrating dieser Karte eben mindestens, äh, zwei davon, also die zwei, die wir abgeben müssen, 80 geratet eben oder niedriger ist, ja. Das heißt, es können häufige Silberspieler auch abgegeben werden, als auch natürlich häufige Goldkarten. Es sei denn, ja, und das müssen sie eben sein, 80er Gesamtrating unterschreiten. Das heißt, ihr könnt Bronze häufig, Silber häufig, als auch Gold häufig theoretisch hier abgeben. Ich kann das mal kurz hier einmal noch euch zeigen, wie das Ganze dann final aussehen könnte. Ich könnte jetzt beispielsweise aus, was natürlich kompletter Schwachsinn ist, äh, eine Goldkarte hier abgeben. Aber bitte, bitte Bronzenspieler auf jeden Fall abgeben, Freunde. Wichtig nur, zwei Spieler, that's it. Ja, ein ganz simpler SBC, aber dadurch, dass die Positionen hier vorgefertigt sind, bitte, es muss kein ZM sein, und das ist wichtig auf jeden Fall für euch zu sagen. Team absenden, Freunde, und dann, zack, holen wir uns direkt das Jumbo-Bronze-Pack einmal ab. Die Frage, was ist da jetzt drin? Drei seltene, 24 Items, natürlich gemischt mit Vorbrauchs-Items, also heißt, wir haben auch Verträge mit dabei und so weiter und so fort. Wir haben jetzt hier einen schwedischen Torhüter am Start. Ja, und, äh, auch da, ihr seht es jetzt selbst. Hier, guckt euch das mal an. Wir haben eins, wir haben zwei, wir haben drei, wir haben vier, wir haben fünf, sechs, sieben, acht Spieler und dann noch ein Manager mit dabei. So, Verträge sind natürlich auch mit dabei. Das sind jetzt so Sachen, Choreo und so weiter und so fort, die könnt ihr theoretisch diskaten. Ist jetzt alles untrade, ja. Ich packe also erstmal alles rein in den Verein und damit haben wir auf jeden Fall schon mal die erste SBC kompletiert. Ja, und damit kommen wir zur zweiten SBC und das ist die toller Tausch-SBC. Da heißt es, tausche ein häufiges Item und ein seltenes Item. Also, wir sehen schon, ein seltenes, ein häufiges müssen wir abgeben. Die Voraussetzungen, die Teambedingungen sind unter meiner Facecam. Seltene Spieler maximal, maximal einen. Ja, da gehen wir doch mal rein. Was ist jetzt selten? Das wird vielleicht auch von vielen jetzt gefragt. Selten ist zum Beispiel, wie jetzt in meiner Vorfertigung hier, auch so ein Spieler, den wir eben gezogen haben. Das ist ein seltener Spieler, Freunde. Also, theoretisch zählt das als seltenes Spieler. Wir haben ja eben schon gezeigt in den ersten SBC, wir haben Bronze häufig, Silber häufig, Gold häufig. Ja, und wir haben Bronze selten, Silber selten und Gold selten. Aber auch diese Come-Vols Südamerikaner beispielsweise, die zählen als seltene. Das ist vielleicht so ein kleiner feiner Tipp. Das wissen auch nicht viele. Also, ihr müsst jetzt nicht unbedingt Bronze seltene beispielsweise hier abgeben. Ja, da könnt ihr dann auch mal gucken, okay, vielleicht verkaufe ich die dann eher. Ich meine, wir haben jetzt eben hier zum Beispiel den Schweden gezogen, Untrade. Das wäre jetzt zum Beispiel, die haben dann eben im Pack gehabt. Den könnte man dann direkt hier natürlich mit abgeben. Ja, hier ist das Problem, dass wir, wenn der jetzt tradable wäre, der hat eine Mindest-Price-Rance von 5.700. Der wird aktuell nicht verkauft. Das wird die eh noch ändern in den nächsten Wochen, weil das ist natürlich viel zu hoch angesetzt. Das war im letzten Vierverteil auch der Fall. Ja, und dann geben wir eben noch hier einen Rechtsverteidiger ab. Auch wie eben in der SBC, ihr seht's, wir haben sonst Brick-Slots komplett am Start. Die beiden Stürmer-Positionen sind eben vergeben. Es müssen keine Stürmer sein. Also auch hier die Position komplett irrelevant. Es kann Allen planen, Linksverteidiger, Liga-Ausverteidiger, Rechte-Ausverteidiger. Ist komplett egal. Es muss eben ein seltener dabei sein und einer, der non-rare ist. Und im Idealfall natürlich auch wieder zwei Bronze-Spieler, weil warum wollt ihr da Silber- oder Gold-Karten abgeben? Das macht absolut gar keinen. Aber absolut auch wirklich gar keinen Sinn. Deshalb geben wir das Ganze jetzt ab. Ein seltener, ein non-rare und holen uns dafür das Premium-Bronze-Pack an Tradable. Ja, das werden wir natürlich gerne machen und haben damit schon direkt die zweite SBC, der Grundlagen-2-SBC ready. Und auch da haben wir jetzt wieder, ihr seht's, zwölf Bronze-Items, drei davon selten. Ja, und hoffentlich, gucken wir mal rein, Türkel, Linksverteidiger, Adana, Dimersboa. Und hoffentlich natürlich auch hier wieder, ja, ein seltener Spieler tatsächlich sogar dabei. Sehr gut. Und dann haben wir halt, wie gesagt, noch drei andere weitere Spieler und natürlich dann auch wieder die Items, die aber erstmal nicht wichtig sind. Und damit ist die zweite SBC tatsächlich schon fertig. Und damit kommen wir zur dritten SBC, die Landesruhm-SBC. Da heißt es, tausche drei Profis aus demselben Land. Ja, unter meiner Facecam seht ihr jetzt häufige Spieler, mindestens zwei und eben Profis aus demselben Land, genau drei. Und das ist das Wichtige. Wir bekommen dafür im Premium-Bronze-Pack genau drei aus dem gleichen Land. In meinem Fall, ich hab das jetzt schon mal vorgefertigt, Freunde, geben wir jetzt hier drei Inder ab. Ob das drei Deutsche sind, drei Argentinier, drei Belgier, drei aus Bolivien, sag ich jetzt mal. Ja, oder Russen oder keine Ahnung. Es ist komplett egal, welche Nation hier abgegeben wird. Wichtig ist nur, genau drei eben aus der gleichen Region. Übrigens, gleiche Region. Es muss nicht, wie in meinem Fall jetzt, sind die natürlich alle aus der indischen Liga, es muss nicht die gleiche Liga sein, ja. Und eins vielleicht auch schon mal vorweg, Freunde, ihr müsst das, wie gesagt, hier nicht eins zu eins nachbauen. Nehmt eure Bronzekarten, Nehmt bitte eure Bronzekarten aus eurem Verein, die ihr da habt. Ja, und wir können jetzt beispielsweise kurz noch mal durchgehen. Wir können jetzt hier auf Landregion gehen. Wir können zum Beispiel mal Niederlande einstellen. Da hab ich theoretisch nur zwei. Wir können mal Just for Fun-Pay gehen eingeben. Hab ich da schon. Da hab ich sogar schon einen am Start. Deutschland habe ich hier auch ganz, ganz viele. Hätte ich mich jetzt auch für entscheiden können, wir können mal Spanien gucken. Ne, da haben wir keine großartigen Bronzekarten. Argentinien ist auch schon fast gut gefüllt mit Bronzekarten. Aber wir haben drei Inder gefunden, Freunde, relativ low-rated. Und in meinem Fall hier sogar Untrade, Untrade und Untrade. Also das ist natürlich das Ideal. Vom Idealen natürlich auch Anstiegsspieler abzugeben. Und hier ist es folgendes, was wichtig ist. Häufige Spieler mindestens zwei. So, das heißt, wenn wir jetzt hier mal einen rauspacken, Freunde, ist das immer noch grün. Also, wir brauchen mindestens zwei. Es kann theoretisch auch ein seltener Spieler drin sein, hier in dieser ganzen Geschichte. Aber warum sollte man hier einen seltenen Spieler abgeben? Ich glaube, das ist absolut nicht nötig. Und ihr findet auf jeden Fall drei aus der gleichen Region, die ihr abgibt. Auch hier wieder komplett nicht wichtig, welche Formation. Beziehungsweise wir haben jetzt IV, Torwart und linker Flügel. Aber wir müssen jetzt nicht den linken Flügel auf die LV-Position packen. Nein, es muss nicht die gleiche Position sein. Auch da wieder komplett unwichtig, welche Spieler ihr da abgibt. Ist es Rechtsverteidiger, IV, ZM, ZDM, whatever. Einfach abgeben. Drei Nationen fertig aus Mickey Mouse. Ja, Premium-Brosen-Spec, was wir uns da auf jeden Fall einmal mitnehmen. Zack, wir geben das ab, die drei Inder und Premium-Brosen-Pack, was wir uns einmal holen. Das nächste Bronen-Pack, ja, das sieht dann erstmal immer wenig aus, aber ich kann euch, wie gesagt, eins sagen und ich wiederhole mich da sehr, sehr gerne. Diese Bronze-Spieler, die helfen euch natürlich bei den nächsten ASPCs. Hier haben wir jetzt wieder einen seltenen Start mit John Magunacelaya, interessanter Name. Und wenn ich natürlich jetzt nicht schon vorgefälligt hätte, die ASPCs, ja, dann würde jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht hier, äh, der aus der Schweiz mir zum Beispiel bei der 1-SPC die drei Schweizer voll machen. Beispielsweise, ja. Also das, wir haben jetzt tatsächlich ein Duplikat von Grips getauen, hatten wir eben. Ist aber auch egal. Ja, aber wie gesagt, dadurch, dass ihr dann direkt die Packs öffnet, das hilft euch natürlich dann weiter. Vielleicht auch bei der nächsten SPC. Denn die nächste SPC heißt alle gemeinsam. Und da ist folgende Beschreibung drin, Freunde, Achtung, tausche eine Mischung aus seltenen und häufigen Profis unter einem bestimmten Gesamtwert, die alle aus dem selben Land kommen. So, die Teambedingung ist folgende, und zwar seltene maximal zwei. Jetzt wird es interessant, Freunde, pass auf, selten maximal zwei, maximal 90 Teamgesamtwertung und Profis aus dem selben Land genau vier. Die Beschreibung, tausche eine Mischung aus seltenen und häufigen Profis unter einem bestimmten Gesamtwert, das irritiert schon. Und da muss ich direkt schon sagen, das ist ein bisschen falsch, aus, äh, falsch beschrieben, sagen wir mal so. Es gibt ein Präum Silberpack zurück, Freunde, und das ist wirklich simpel zu holen. Denn, de facto, brauchen wir überhaupt gar keine seltenen Spiele abgeben. Wir geben jetzt hier in dem Beispiel, geben wir vier deutsche Non-Rare-Bronze-Spieler ab. Denn die Voraussetzung sagt, selten maximal zwei, maximal zwei, nicht mindestens zwei, aber null seltene sind auch maximal zwei seltene. Also deshalb, ihr könnt hier tatsächlich komplett mit Non-Rare-Spielern gehen. Wichtig ist hier, Teamgesamtwertung auch maximal 90. Wir gucken auf die linke Seite, da sehen wir die Teambewertung, sie ist bei 34. Sie ist nicht über 90. Da steht ja nur maximal 90, nicht mindestens 90. Gebt also bitte nicht Goldkarten ab, nicht Silberkarten ab, gebt keine seltenen ab, denn das ist komplett nicht nötig. Und Profis aus dem Land, das ist das Wichtige, das müsste natürlich genau vier sein. Eben in der SBC hatten wir genau drei, jetzt müssen wir genau vier abgeben, deshalb gehen wir hier mit dem Land Deutschland, weil ich davon am meisten im Verein habe und natürlich auch Bronze-Spieler vor allen Dingen vertreten habe und die sind alle für mich untradable. Die hatte ich vom Anfang an in meinem Squad drin, die geben wir gerne ab und Anzahlspieler im Team sind vier und auch hier wieder, das zieht sich durch die ganze SBC, die Position sind komplett unwichtig. Ich weiß, dass man dann gerne hier geht auf Torwart und dann Bronze-Spieler reinpackt und so weiter und so fort, nein, also hier, beispielsweise der Schenk, der muss jetzt hier nicht im Tor stehen, bitte einfach irgendwen, Hauptsache vier Deutsche, vier Belgier, whatever, welche Nation, ich habe es eben schon gesagt, ist komplett nicht wichtig. Gibt vier aus dem gleichen Land ab, gibt im Idealfall Non-Rare-Bronzen-Spieler ab und dann ist das Ganze alle gemeinsam auf jeden Fall auch abgehakt. Bei mir sind die jetzt alle noch irgendwie in dem Eins-Squad drin, deshalb wird mir die Nachricht da angezeigt, aber so haben wir eben komplett die Grundlagen 2 SBC sehr, sehr schnell, sehr, sehr schnell abgeschlossen. Grundlagen 2 SBC ready to go, Freunde, und das ist doch das Schöne. Das ist doch einfach das sehr, sehr Schöne, was wir hier haben und besser geht es nicht. Gehen wir rein in den Shop, Freunde, und gucken wir rein, was wir da Schönes haben. Zum einen natürlich das Präzis-Silber-Spieler-Pack 65 bis 74er Great City und da ist sogar Belgier ZM und was ist das? Ah, okay, Chinesisch. Ja, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade sagen, Fehlerini, Freunde, auf die Legende schlecht, 34 Tempo, bodenlos, bodenlos, bodenlos und tatsächlich auch einen Deutschen mit Schreiber. ZM-Stürmer kann er sogar spielen. Ah, geil. Okay, das ist natürlich Nostalgie-Pour 1,94, sehr geil und tatsächlich ein Duplikat mit Hattais-Pour, aber auch Untrade dann runter. David, und dann haben wir den Gruppen-Roward, Freunde, und das ist eben das Premium-Lieb-Profi, ja, anstatt Spiele haben sie es jetzt irgendwie mal Profi genannt, Belohnungspack und da gucken wir jetzt gemeinsam rein, Wien können wir denn schönes ziehen. Argentinien, es wird ein Stürmer. Ist es Simeone? Es ist Simeone. Es ist Simeone tatsächlich, zum Start. Okay, 79er Schuss, ja. Oh, und Geko. Stimmt, die haben zwei Fenner unterwegs, Bissot und ein Onana aus der Premier League. Ja, Freunde, not bad. Nehmen wir auf jeden Fall mit. Sieben Spieleleih-Geschichte und drei Base-Gold-Karten. Zack, rein in den Verein, Freunde. Und falls ihr jetzt nichts verpassen wollt, dann lasst gerne, wie gesagt, die Glocke aktiv da. Dankeschön, wenn ich euch geholfen habe, gerne den Like beanzerstören. Dankeschön, wie gesagt, für euren Support. Lasst mir wissen, was habt ihr vor allen Dingen in dem Reward-Pack drinnen. Und wenn ihr jetzt noch mehr sehen wollt, dann könnt ihr jetzt gerne hier unten klicken, Freunde, Grundlagen 1 SBC oder andere Grundlagen SBCs findet ihr auf dem Schelle hier. Viel Spaß dabei, Freunde, und damit bis heute Abend zum 19 Uhr Content. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao, Leute.